Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch mal, wo der gratis oder bzw. der geheimer Stern aus Woche 1 ist. Und hier kann man mal einen Ladebildschirm sehen und ich gebe euch einen Tipp, es bezieht sich hier darauf, deswegen sehen wir uns mal gleich in der Runde. So Leute, wie gesagt, wollte ich euch jetzt mal den geheimen Stern zeigen und er ist auch gar nicht so weit weg von der Schatzkarte aus Whisky Wheels. Aber kurz will ich mich noch mal entschuldigen, dass das Video nicht gestern kam. Ich musste gestern noch drei Videos machen, hatte kaum Zeit. Nicht wegen der Schule, weil ich jetzt ja zum Sommerferien ab heute habe, aber noch andere Dinge und ja, deswegen kann ich das nicht bringen. Aber ich hoffe, dass das Video trotzdem noch heute online kommt und ich hoffe, ich kann damit auch noch welchen Leuten helfen. Und zwar befindet sich dieser Gartenstern hier in diesem Regenschirm oder wie auch immer man das jetzt hier nennen möchte. Und zwar muss ich nochmal ganz kurz, der war schon genau hier, wenn wir uns nicht, ob es da oder hier war. Oh, das war jetzt weg. So, also hier könnt ihr nochmal den gratis Ladebildschirm, gratis Wochenstern, seht ihr nochmal kurz auf der Karte, der befindet sich genau hier oben. Also fast in der Mitte vom Regenschirm. Den nehmen wir mal auf. Und zack, jo, jetzt haben wir die Mission. Ja Leute, wenn euch sowas gefällt, dann lasst gerne ein Like da unten, ein Abo, würde ich mich mega freuen. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos oder das Schilder zu passen. Ich bin aber jetzt raus heute für heute, haut rein und ciao.